So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut, zunächst eine Ausgabe von Gezockt. Heute möchte ich nicht nur über die Spiele reden, die ich in letzter Zeit gespielt habe, ich möchte einmal ein kurzes Technik-Update geben, ich möchte euch ein bisschen als Versuchskaninchen für Ton missbrauchen und ich möchte euch von dem neuen Patreon-Pledge-Level erzählen, den ich einführen möchte. Ich werde oben in der Ecke immer den nächsten Schritt einblenden, sodass ihr da gleich dann hinspringen könnt, wenn euch irgendwas nicht interessiert, also wenn ihr nur fürs Gezockt da seid, dann klickt einfach so weit, dass ihr da seid, dann könnt ihr einfach was über die Spiele erfahren, die ich so gespielt habe. Ich möchte, wie gesagt, zum einen über Ton reden, ich habe aktuell gerade zwei Ansteck-Mikrofone, die sind hier unten drunter angebracht, ich habe hier noch so ein, das Clip-Mic digital, ich habe mein normales Headset-Mikrofon, es gab ja in letzter Zeit ein paar Beschwerden über Ton und wer meinen Kanal verfolgt, weiß, Ton ist eigentlich schon ewig ein Problem, Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte es relativ gut gelöst. Tatsächlich beim letzten Video, diese 4K-Videos, wenn man die hochlädt, die brauchen ja immer ein paar Stunden, nachdem die online sind, bis die auch in der höheren Qualität zur Verfügung stehen. Normal sind die erst mit 360p da, irgendwann dann mit 27p und dann mit 1080p und irgendwann vielleicht auch mal in 4K. Das kann aber bei YouTube teilweise echt ein paar Tage dauern. Und ich habe vorhin jetzt mal das Video angeguckt, was ich vorhin auch nicht so gut fand und scheinbar nach ein paar Stunden ist der Ton einfach besser. Also ich finde, er klingt auf meinem MacBook, zumindest wenn ich mir da die Videos angucke, und da ist eigentlich ein ganz guter Ton bei, klingt der relativ gut. Also wenn ihr dieses Video jetzt irgendwie heute Mittag guckt, wo es schon ein paar Stunden online ist, noch in HD vorliegt, sollte der Ton, so wie er jetzt ist, eigentlich mit dem Headset-Mikrofon super gut klingen, weil das müsste eigentlich theoretisch die beste Lösung sein. Aber ich habe eben noch, wenn ich auch mal vielleicht mit Stefan oder so, irgendjemand anders so, vielleicht so zweit oder so ein Let's Play mache, oder wir beide so einen Gezock machen, dann wäre eben auch eine Tonlösung gut, wo wir beide eine ähnlich gute Qualität haben. Deswegen habe ich mir jetzt noch ein zweites Zoom H1 geholt, diese Aufzeichnungsgeräte. Und da steckt jetzt in dem einen, also in dem rechten hier, das hier auch drunter versteckt ist, steckt das normale Rode Smart Life dabei, das hier bei einer Funkstrecke dabei war. Wenn man das einzeln kauft, wird das glaube ich 150 Euro sowas kosten, das war halt direkt dabei. Das sollte eigentlich von der Qualität her direkt hinter diesem Rode Headset-Mikrofon sein. Und dann ist eben noch das Smart Life Plus bei, das ist halt so ein Handy-Mikrofon, eigentlich auch sehr gut. Das sollte sich von der Qualität her nicht so weit unterscheiden. Und auch gerade später, wenn ich über die Spiele rede, werde ich immer bei jedem Spiel das Mikro wechseln, außer ich merke, das geht irgendwo gar nicht. Aber ich habe vorhin schon ungefähr drei Stunden hier gesessen, ein Video gedreht, wo ich alle möglichen Tonquellen durchprobiert habe. Den Kameraton, dieses Shotgun-Mikrofon, das ich mal hatte, nur die Geräte selbst, die verschiedenen Mikrofone. Ich habe noch mehr Ansteck-Mikrofone, die alle durchprobiert. Da gab es irgendwann ein Technikproblem. Ich hoffe, das wird hier jetzt nicht passieren, dass eine Aufnahmedatei einfach nicht zu gebrauchen war. Und dann auch mit verschiedenen Einstellungen, Kompressor rein, Equalizer rein, Limiter rein, auch dann irgendwie mit einem Buchstaben- oder Zahlencode versehen. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar drunter schreiben, welche Einstellung war eurer Meinung nach die beste oder klangen die eigentlich alle gleich gut. Kann sein, dass die teilweise unterschiedlich laut sind, weil einfach die Signale hier anders ankommen. Also vorhin war das Smart Love Plus immer das lauteste. Deswegen habe ich das jetzt eine Stufe runtergedreht auf sieben. Dann ist weniger Hintergrundrauschen da. Und auch hier durchaus nochmal die Bitte und Aufforderung, wenn sich jemand wirklich von euch, also wenn er jetzt den Ton hört und denkt, wow, da geht irgendwie sicher noch mehr. Und ihr habt richtig Ahnung von Ton. Bitte melde dich. Schreibt gerne einen Kommentar, nimm irgendwie Kontakt zu mir auf, wer da wirklich Ahnung hat von Ton. Also eigentlich technisch müsste eigentlich von der Präproduktion oder von der Produktion selbst her alles auf einem super guten Niveau sein. Fehler kann eigentlich nur noch irgendwo in der Nachbearbeitung liegen. Aber wie gesagt, ich selbst bin mit dem Ton eigentlich in letzter Zeit sehr zufrieden. Meine Stimme ist jetzt nicht so super tief. Die ist eher ein bisschen höher, jetzt nicht so super piepsig oder so, aber halt nicht so eine tiefe, sonorige, beruhigende Stimme. Da kann ich da nichts dran ändern. Der Raum hier ist natürlich überhaupt nicht optimal. Es ist eine Küche mit ganz vielen scheinenden Wänden. Hier hängen irgendwo irgendwie Decken vorhängen oder sowas. Das heißt, man hört auch immer viel Raum. Das sind tatsächlich zwei Aspekte, an denen ich nicht viel machen kann. Aber ich sage, da euer Feedback immer gerne. So, mal gucken, wer das jetzt bis hierhin geguckt hat. Das nächste Ding, Technik-Update. Ich habe ja mehr Weihnachten, da auch dank der Unterstützung meiner Zuschauer, vielen Dank dafür nochmal, die neue Sony NX80 geholt. Eine supergute 4K-Kamera, die einfach auch tolle Videos macht. Ich bin von der Qualität her sehr begeistert. Und ich habe jetzt immer das Problem, ich möchte auch viel mehr mit zwei Kameras machen. Dass ich einmal die Kamera benutze, um so Spielmaterial in einer guten Qualität zu zeigen. Dass man nochmal ranzoomen kann und dass man großen Qualitätsverlust hat. Und dann halt immer noch, weil ihr kennt ja, wenn man den Kanal schon länger guckt, es gibt ja auch oft Videos, wo ich nur das Spielmaterial die ganze Zeit zeige. Weil ich eben auch nur die Kamera habe, die irgendwie immer umbauen und so. Das ist auch ein bisschen einfach produktionstechnisch halt ein Nerv, wenn man das einfach so machen kann. Das ist auch schon ganz gut. Aber wenn ich dann mal wirklich 5 oder 10 Minuten nur rede, und ihr nur die ganze Zeit das Spielmaterial seht, ist das irgendwie auch suboptimal. Das ist ja einfach netter, wenn man auch ein Gesicht vor Augen hat. Auch gerade zu Anfang und zu Ende des Videos, beim Fazit. Und für mich eben auch einfach praktisch, weil ich das nicht ständig irgendwie immer umbauen muss. Weil das sind einfach so kleine Zwischenschritte, die halt, wenn man sie vermeiden kann, lässt man sie gerne weg. Da habe ich jetzt teilweise mit der alten, so eine kleine kompakte Handkamera von Sony, die ich vor 8 Jahren nochmal zusammen mit der Vorgängerkamera von der hier bekommen habe, gefilmt. Das sah echt nicht so gut aus. Da war ein deutlicher qualitativer Unterschied. Hat mir überhaupt nicht gefallen zum Zugucken. Dann habe ich teilweise vom Handy aus gefilmt. Da ist ja auch quasi 4K drin. Eigentlich auch eine ganz gute Kamera. Aber so Handykameras können einfach nicht mit richtigen Camcorder mithalten. Das hat man auch immer gesehen. Da wurde immer die Helligkeit abgeglichen. Und das war auch wirklich nicht toll. Und dann habe ich es eben auch mit der Kamera, die quasi vor der hier da war, gemacht. Die eigentlich auch ganz gut war. Ich habe die damals in Amazon zum Rezensieren bekommen. Ich bin in diesem Produkttester-Programm drin. Und die hätte, wenn man sie gekauft hätte, auch 2500 Euro gekostet. Also sie war vor 8 Jahren mal richtig, richtig, richtig gut. Aber ich habe dann ja auch ein paar Videos gemacht, wo ich die dastehen hatte und die neue halt hier. Und das sah auch immer nicht so geil aus. Da hat man schon einen Unterschied gesehen. Und ich mache diesen Kanal halt wirklich aus Leidenschaften. Ich bin auch durchaus bereit, da Geld reinzustecken, damit das eben wirklich alles gut läuft und gut aussieht. Und ich auf dem Level, wo ich sagen kann, okay, das reicht. Wenn ich das jetzt die nächsten 4, 5, 6 Jahre habe, alles super. Und deswegen habe ich die alte Kamera genommen und verkauft. Weil ich habe bei Ebay geguckt und habe gesehen, oh, da kriegt man teilweise. Die war zwar damals ganz teuer, mittlerweile nicht mehr ganz so. Aber man kriegt noch durchaus Geld dafür. Ich habe die dann sogar eingestellt mit einem Sofortkaufenpreis, der von Ebay vorgeschlagen wurde. Das hätte ich mir lieber nicht gemacht, weil die waren nach gefühlt 3 Minuten weg. Das heißt, sie war wahrscheinlich zu günstig. Aber ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, welche Kamera ich mir noch holen wollte. Eigentlich wollte ich mir immer noch eine weitere Sony holen. Und die Kamera, die ich mir dann hole, soll eigentlich nur für da sein. Also da, wo jetzt die NX80 steht, soll dann halt die andere Kamera stehen, die mich im Prinzip nur von vorne zeigt. Und mehr soll die gar nicht machen. In einer guten Qualität. Und da habe ich mir dann die Sony AX53 geholt. Die ist auch erst, ich glaube, 2, 2,5 Jahre alt. Und ja, die war so, also ich habe für die quasi genauso viel Geld ausgegeben, wie ich für die alte bekommen habe. Ich muss noch ein bisschen draufzahlen, aber es gab auch gerade eine Cashback-Aktion, wo man noch 100 Euro wieder zurückbekommt. Das heißt, ich habe die jetzt im Prinzip, ich habe einfach meine alte, 8 Jahre alte Kamera gegen diese quasi neuwertig oder neue, also die ist neu gekauft, 4K-Kamera eingetauscht. Wobei die ist von Amazon Warehouse-Deeds, da kann ich auch nur sehr empfehlen. Ich habe einen Schlag dazu, weil da ist nichts mit. Ich habe da die Macke, die angeblich da sein soll, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe auch schon Videos damit gemacht, eins davon dürft ihr jetzt auch schon sehen. Und die Qualität ist auch absolut zufriedenstellend. Der große Haken, wo einige gesagt haben, das ist nicht ganz gut, die kann halt nur 25p in 4K. Das kann die tatsächlich auch, obwohl die vorletzten Jahr ist. Da wird es auch einige geben, die sagen, nee, ich muss mindestens 50p oder noch mehr haben. Aber die Kamera wird immer da stehen, ich werde immer davor sitzen, ich filme keine Bewegung, ich muss nicht super flüssige Spielbewegung zeigen. Das ist für meine Zwecke, wo ich wirklich nur einfach stumpf vor der Kamera sitze, absolut ausreichend. Und ich glaube, das ist halt wirklich eine ganz gute Unterstützung-Support-Kamera. Die ist eben auch schon ein bisschen kompakter als der alte Camcaller. Aber man kann die immer auch ganz gut mitnehmen. Die andere ist halt viel größer, viel wuchtiger, auch viel breiter, viel länger, viel schwerer. Und wenn ich jetzt irgendwie zu Messen fahre oder nach Hause fahre, nach Cuxhaven, die kann man eben halt auch mal leicht in, also hier habe ich hier oben so eine Wasserwaage drauf, damit die einigermaßen gerade ausgerichtet ist, deswegen geht das hier mal auf. Die kann man eben halt auch gut mit nach Hause nehmen, mit unterwegs nehmen, mit auf die Messe nehmen. Und ja, das ist dann halt auch nicht gleich die super teure Kamera, sondern wenn die meine mag hat, ist auch doof, aber nicht ganz so schade wie bei der etwas hochwertigen Kamera, wobei ich mit der Qualität hier auch bisher sehr zufrieden bin. Also da kann ich echt nicht meckern. Und da natürlich auch vielen Dank an alle Patreons, die mich da eben supporten, die mir möglich machen, das alles zu machen, da eben auch mal Geld reinzustecken in Tontechnik, in hier Kameratechnik, in mal irgendwie so ein Stativ oder so dafür, was auch immer man braucht. Und damit kommen wir quasi schon zum nächsten Abschnitt in diesem Video, der neue Patreon-Level. Ich nenne ihn einfach mal Zimmerfrei. Ich rede ja schon seit Längerem davon, dass ich mich räumlich mal verändern möchte, einfach weil ich ein bisschen mehr Platz brauche. Ich mache hier alles in meiner Küche. Ich wohne hier, ich arbeite hier, ich empfange hier Besuch, ich koche hier, wenn ich nicht mal koche. Ich spiele hier, wenn man Spieleabend ist. Also ich bin eigentlich immer nur hier, da drüben ist quasi nur Schlafen und Spiele lagern. Und das geht jetzt schon seit ein paar Jahren, aber das ist natürlich suboptimal. Rebecca, eine Freundin, hat mir jetzt letzte Woche eine Wohnung hier gezeigt. Hier, die ist schräg gegenüber, also wirklich direkt, nicht mal 45 Grad, winke die Straße drüber, 5 Meter. Dann ist man da mit 105 Quadratmetern. Und ich habe mir die angeguckt, die geht über zwei Etagen. Hat da, wenn man reinkommt, gleich eine Küche, die ist so groß wie die hier, vielleicht einen Ticken größer, mit noch so einem Raum dahinter, so klein, wo man eine Waschmaschine und eine Wäschetrockner reinstellen kann, ein bisschen Ablagefläche hat. Dann geht man eben halt durch den kurzen Flur durch in das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist ungefähr nicht ganz so groß wie diese Wohnung hier. Das könnte man dann quasi zum Spielezimmer umfunktionieren, so das Studio rein, quasi Kameras, Licht, vielleicht auch was an der Decke montieren, wobei die Decken 3,50 Meter hoch sind. Da muss ich mal gucken, wie man da was gut einmontieren kann. Und dann geht es halt weiter in so einen Raum, wo quasi die Treppe nach oben ist, die sehr steil ist, wo man noch so Kallax-Regale reinstellen kann für Spielelager, so einen Schreibtisch reinstellen kann und da eben einfach noch Platz hat. Das ist ein Raum, der auch gar nicht bei den Räumen mit angegeben ist, weil es eigentlich eher der Leiterraum ist. Da würde man nach oben kommen in so ein offenes Wohnzimmer, da würde ich es dann für benutzen. Und da kann man halt auch ein Bett reinstellen, einen Schlafcouch oder so, einen Fernseher, auch noch irgendwie ein bisschen Arbeitsfläche. Dann gibt es noch so ein kleines Kinderzimmer, das man auch als Gästezimmer einrichten könnte. Dann ist irgendwie das Bad, das super neu, super toll ist. Und noch so ein 10, 12 Quadratmeter Schlafzimmer. Diese Wohnung, es ist zwar ein Altbau, auch schon so ein bisschen verwohnt das ganze Haus, ein wirklich so Göttinger Altbau in der Innenstadt. Die haben immer ihren gewissen eigenen Charme. Diese Wohnung hier ist auch leicht schief. Deswegen sind die Videos auch manchmal, dass sie denken, das sieht nicht so ganz gerade aus. Liegt eben auch einfach mit daran, dass diese Wohnung auch hinten und vorne krumm und schief ist. Das wäre die Wohnung auch. Und in der Innenstadt in Göttingen ist der Quadratmeterpreis normalerweise so bei 10 bis 11 Euro. Bei der Wohnung sind es 7 Quadratmeter. Und das sind oben auch so leichte Schrägen drin. Deswegen sind es eigentlich noch mehr als so eine 5 Quadratmeter Wohnfläche. Und die ist eigentlich für meine Verhältnisse optimal, weil auch eine Küche, ich mag halt so Wohnküchen wie diese hier, wo man eben auch leben, also einfach sitzen und quatschen und irgendwas machen kann. Dann halt dieses Zimmer mit Studio oben, Platz und eben auch Platz für ein Gästezimmer zum Beispiel. Sogar zwei, man könnte das eine wirklich so zum richtigen Gästezimmer machen, das andere zum Wohnzimmer mit einer Schlafcouch drin, wo auch 2, 3, 4 Leute drin pennen könnten. Diese Wohnung, ich finde sie absolut für meine Verhältnisse absolut traumhaft. Da könnte man irgendwann auch mal zu zweit oder auch temporär eine Zeit lang mal zu dritt richtig drin wohnen. Für mich alleine mit dem, was ich hier alles vorhabe, eigentlich optimal. Und sie ist halt aktuell, es würde finanziell gerade eben so gehen, wenn sich dieser Kanal und alles drumherum so weiterentwickelt, wie es in den letzten 5 Jahren geschehen ist. Dann wäre diese Wohnung in einem Jahr kein Problem. Aktuell bin ich halt so, ich sage, nee, lieber nicht, lieber noch ein bisschen warten. Es wird schwer, sowas zu so einem Preis nochmal wiederzufinden. Deswegen wäre jetzt zuschlagen eigentlich die richtige Variante. Aber allein sich das angeguckt zu haben, sorgt dafür, dass ich mich damit auch wieder näher beschäftige, um zu sagen, okay, sowas möchte ich schon gerne haben, weil das hier ist halt echt klein und nervt so ein bisschen. Und das ist eben auch die Sache. Natürlich könnte ich mir auch mit meinem abgeschossenen Studium einen richtigen, in Anführungszeichen, Job suchen. Da arbeiten, da mehr Geld verdienen, mir davon eine größere Wohnung leisten. Dann könnte ich diesen Kanal aber nicht machen. Aber das ist das, worauf ich richtig Bock habe, woran ich richtig Spaß habe. Neulich ist auch ein neuer 10-Euro-Patreon dazu gekommen. Ich frage die Leute immer, hey, wer seid ihr, was macht ihr, warum unterstützt ihr mich, was ist da eure Motivation? Und der meinte auch, ich gucke das erst seit einem halben Jahr, bin relativ neu dabei, aber ich finde toll, was du machst. Und ich würde das auch toll finden, wenn du das einfach so in Vollzeit machen kannst, weil mir gefällt deine Arbeit gut, du kommst ehrlich und authentisch rüber und ich möchte halt so meinen kleinen Beitrag dazu machen. Das fand ich einfach gut. Und so in Kombination mit dem und mit dieser neuen Wohnung habe ich halt gesagt, okay, gerade die Wohnung zum Beispiel, wenn es die oder eine in der Art wären sollte, hätte einfach auch einen Gästebereich, einen Wohnbereich. Oder so für Leute, die quasi übernachten. Das heißt, ich könnte ja in der Theorie, was ich auch durchaus eine ganz charmante Idee finde, so ein Patreon-Level machen, quasi zimmerfrei der Titel. Dass ich quasi sage, okay, ihr könnt dann einmal im Jahr oder im halben Jahr, muss man gucken, wie man das macht, zum Zocken vorbeikommen. Könnt halt bei mir auf jeden Fall übernachten mit irgendwie ein oder zwei Personen dann durchaus auch. Und man kann das auch so machen, dass man sagt, okay, es können auch irgendwie so zwei, drei Patreons dann an einem Wochenende gemeinsam kommen, weil dann hat man auch einfach eine große Runde, kann gemütlich spielen. Wir können irgendwie beim Inner-Essen gehen, sich Pizza holen, Getränke gibt es dann und dann können wir einfach von Samstag bis Sonntag hardcore durchzocken. Man kann dann sicher auch schon Freitag anreisen und das ist in erster Linie halt so ein Premium-Support-Level und wie gesagt, verbunden mit dieser Möglichkeit halt eben zu zocken, weil mir das natürlich auch die Möglichkeit gibt, mir ein bisschen mehr Zeit noch für den Kanal zu geben. Wenn da halt ein paar Leute auch noch mitmachen, vielleicht auch beruflich ein bisschen kürzer zu treten, dass ich einfach auch noch mehr Zeit dafür habe. Und deswegen jetzt der neue Pledge-Level, der ist nur da, der ist ein Angebot. Ich rechne durchaus damit, dass den jetzt in den nächsten Tagen und Wochen niemand erstmal anklickt, weil es ist wirklich eine Menge Geld, das muss man wirklich überhaben und da Bock drauf haben, das Ganze so in der Form zu supporten. Wenn jetzt doch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute mitmachen, umso besser. Dann könnte ich mich noch eher nach der Wohnung umgucken, vielleicht schon doch bei der zu schlagen. Aber wenn sich da so zwei, drei, vier Leute finden, wäre das natürlich traumhaft. Man könnte zocken, man könnte vielleicht auch gemeinsam mit euch zusammen ein Let's Play machen, ein Livestream, irgendwas spielen, was ihr spielen wollt, vielleicht auch euer Prototypen. Da gibt es sicher ganz viele Möglichkeiten. Das würde man immer so eine Absprache machen, wie es halt so passt zeitlich, dass man das eben kombiniert, um miteinander zu zocken. Und da steht zwar jetzt noch drin, dass man mindestens ein halbes Jahr auf dem Pledge-Level-Supporter sein muss. Aber wenn ihr jetzt halt schon länger dabei seid, ich will, irgendwie kennen, weil wir schon geschrieben haben, ihr im Stream dabei seid oder so, das kann man sicher auch unkompliziert erregeln. Also das sind jetzt nicht so starre Fristen, an die man sich hängen muss. Ich muss es halt nur so hinkriegen, dass ich das auch zeitlich hinbekomme. Aber das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Und wie gesagt, wer da mitmachen will, wer da Bock drauf hat, würde ich mich super drüber freuen. Ich habe auch bisher schon viel, also schon mit einigen Leuten gespielt, entweder war ich gerade unterwegs oder war auch hier irgendwie Leute kurz vorbeigekommen sind und gezockt haben. Das war eigentlich immer gut. Also ich habe da echt noch quasi keine schlechte Erfahrung mit gemacht. Brettspieler sind einfach tolle Menschen und das wäre halt schon echt eine ganz gute Option, um das halt so ein bisschen voranzubringen. Und dann eben auch, weil ich persönlich auch solche Hardcore-Zock-Wochenenden, das schafft man halt 10, 15, 20 Spiele teilweise, je nachdem welchem Umfang die sind. Und das ist natürlich auch für mich für den Kanal gut. Hat man die Livestreams, hat man halt die Spiele gespielt, kann halt was zu machen. Also in jeder Hinsicht eigentlich eine tolle Sache. Wie gesagt, vielleicht macht da nie irgendwer mit und keiner sagt, ich möchte das irgendwie supporten. Dann, was eben die Sache ist, es gibt sicher die Möglichkeit, das auch schon zu realisieren, wenn ich noch hier wohne. Da kann es dann eben nur sein, dass ihr halt vielleicht für eine Nacht im Hotel hier direkt 50 Meter weiter die Straße runter einquartiert werdet, weil das, wie gesagt, eben platztechnisch hier ein bisschen problematisch ist. Wirklich richtig aktiv wird das halt erst ab da, wo ich in der neuen Wohnung drin bin. Wobei tatsächlich diese Hotelvariant, das ist eigentlich eine ganz gute, zumindest für eine Person, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, ab da, wo dann quasi die neue Wohnung da ist, ich gehe davon, also ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das, wenn sich das alles so weiterentwickelt, ich nicht irgendwie groß krank werde, ich weiter die Zeit in der Gide reinstecken kann, dass das so binnen einem anderthalb Jahren soweit ist, dass ich zumindest aktiv nach der Wohnung gucken kann, soweit ich eine passende gefunden habe, dann auch umziehen kann. Und ab da startet das dann, dann können wir loslegen und wie gesagt, wenn da irgendjemand mitmachen möchte, wenn jemand Bock hat, hier wirklich zum Zocken vorbeizukommen und den Kanal zu unterstützen, es soll dabei eben hauptsächlich um diese Kanalunterstützung gehen, freue ich mich über jeden, der mitmacht, wie gesagt, wenn nicht, ich freue mich auch über jeden, der guckt, jeden, der Kommentar schreibt, jeden, der einen Daumen nach oben gibt, auch Daumen nach unten, Interaktion ist immer toll auf YouTube. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt nach ungefähr 20 Minuten im Roadcut, wahrscheinlich so 17, 18 Minuten geschnitten, kommen wir zum Gezockt, ich habe tatsächlich, jetzt ist der 19., bis vorgestern habe ich gerade mal sieben Spiele gespielt, das ist alle zwei Tage eins, in den letzten Monaten habe ich so 40, 50, 60 Spiele im Monat gespielt, ich war beruflich durchaus unterwegs, habe hier mit der Wohnung relativ viel zu tun gehabt, habe auch einfach ein paar Videos gedreht, wobei, ein paar sind jetzt auch noch online, die kommen dann auch in den nächsten Tagen, das 1. Mai tatsächlich der spieleschwächste Monat, jetzt habe ich ja in den letzten beiden Tagen es tatsächlich geschafft, wieder ein bisschen was zu spielen, nächste Woche wird auch wieder viel sein, aber das Gute ist, nächstes Wochenende, Samstag, Sonntag, ist ein Event von Asmodee, früher gab es ja von Heideberger Burg Stahleck, wo so Prototypen, Neuheiten usw. gezeigt wurden, das gab es vorletztes Jahr auch noch, letztes Jahr ist es ausgefallen, und in diesem Jahr möchte Asmodee es quasi wiederbeleben, nur in Essen, in so einer Jugendherberge oder irgendwie so, wird das sein, wo man auch schon dann Herbstneuheiten spielen kann, Prototypen, Spiele, die bald rauskommen, wo ich euch dann eben auch Videos machen kann, auch in einem gezockten Nacht darüber berichten kann, was sie da so gespielt haben, da bin ich also sehr gespannt drauf, ich denke mal, sowas wie Outer Rim oder sowas wird man da auch schon spielen können, hoffentlich, da gibt es ja auch schon englische Versionen von, und wer weiß was sonst noch, da werde ich mich auf jeden Fall überraschen lassen, also da wird es dann auf jeden Fall auch nächsten Sonntag hoffentlich viel, viel Input geben, und jetzt kommen wir einfach mal zu den Spielen, zu denen, wo ich schon Videos gemacht habe, da wird es vielleicht ein bisschen kürzer, zu den anderen ein bisschen länger, heute war Markus wieder da, wir haben Montag und Markus am Samstag gemacht, eigentlich hieß es die Alternative zum ESC, wir haben dann irgendwann doch ESC angemacht, und wir haben zwar gestreamt, aber hatten halt dann Airpods im Ohr, und haben das dann damit eben gehört, wie wir geguckt haben, und ja, war glaube ich trotzdem ganz lustig und unterhaltsam, wir haben One Key gespielt, da habe ich auch neulich ein Video dazu gemacht, ja, ich bleibe dabei, das ist so ein assoziatives Spiel, ein bisschen mysteriomäßig, wir spielen kooperativ, der andere darf auch nur mit Karten mit uns kommunizieren, von den elf Karten, die da ausliegen, ist halt eine der Key, und er muss immer andere Karten, die halt so, also auch alles mögliche zeigen, aufspielen, also am Anfang spielt er halt eine Aussage, die passt voll gut zu dem Schlüssel, die passt gar nicht zu dem Schlüssel, oder die passt so mittelmäßig, und dann muss man halt dann gucken, okay, das wäre voll gut, dann hätte das nicht dahin gespielt, und ein bisschen diskutieren, Karten aussortieren, und in der ersten Runde muss man eine Karte aussortieren, dann zwei, dann drei, dann vier, und man bekommt nach jeder Runde immer drei Karten vom Game Master quasi präsentiert, muss sich zu einer Tipp, also einen Hinweis geben lassen, ob die gut, schlecht oder gar nicht passt, und da muss man eben daran wieder kombinieren, okay, warte, das, das, das wird gut dazu passen, hier sind Tiere drauf, hier ist viel Rotes drauf, hier ist viel Technik, da ist auch viel Technik, hier aber nicht, und dann überlegen, wie man so die ganzen Hinweise kombiniert. Das ist durchaus eine Heizung, das macht Spaß, das ist relativ schwer, also ich habe bisher deutlich mehr Partien verloren, als gewonnen, das Spiel hat nur meiner Meinung nach überhaupt nichts Besonderes, das ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, das ist im Vergleich zu vielen anderen, die ähnliche Sachen machen, total toll, aber man macht da auch sicher keinen Fehlkauf mit, man kann da durchaus ein paar Partien Spaß mit haben, und auch gerade so viel Spiele treffst oder sowas, das ist, glaube ich, auch echt ein ganz schicke Spiel, eben auch gerade für mehrere Gruppen, also für größere Gruppen, wenn man eben auch dann eben wirklich darüber diskutieren kann, man kann es auch zu zweit spielen, dann hat man einfach keine große Diskussion, das ist halt ein bisschen langweilig, aber ja, das ist auf jeden Fall okay, also ich habe da tatsächlich insgesamt schon acht, neun Partien gespielt, das ist ja auch immer ein ganz gutes Zeichen. Wie gesagt, zwischendurch immer mal wieder unterschiedliche Mikros, ich werde auch teilweise Einstellungen ändern, dann schreibt mir einfach da mal gerne einen Kommentar, was ihr am angenehmsten gefunden habt, wo ihr sagt, ja, hier mal ein Tick besser, da mal ein Tick schlecht, aber eigentlich war alles gut, oder eigentlich war alles total Mist. Wie gesagt, da würde ich mich sehr über Feedback freuen. Zombie Kids Evolution, habe ich neulich auch schon ein Video dazu gemacht, habe ich heute mit Markus gespielt, weil, ne, ich arbeite hier in der Spieleburg, möchte natürlich auch viele Spiele kennenlernen, und das ist halt ein einfaches Kinderwürfelspiel. Ja, würde ich mich sehr über Feedback von euch freuen, wenn ihr das mit Kids schon mal gespielt habt, wie es da angekommen ist. Dann habe ich mit Karl noch so eine Stunde Zeit und irgendwas Kleines spielen wollten, ich habe jetzt hier so ein kleines Leeregal hinter der Tür direkt stehen, wo einfach so kleine Spiele drin sind, da war Haggis dabei und Haggis ist so ein Kartenspiel, das ist im Prinzip eine Tick-Hoo-Variante für zwei und drei Spieler, wo wir auch so leitermäßig immer hochklettern müssen, wir müssen bestimmte Kombinationen bauen, die sehr, ja, eingeschränkt sind, wir müssen bestimmte Punktekarten fangen, wir müssen vorher wetten und ansagen, ob wir irgendwie alle Stiche, oder zuerst alle Stiche loswerden, und wir haben da so, das war die Lernpartie, wir haben da so drei Partien gespielt, ich weiß noch nicht so ganz, was das Spiel von mir will, das war so, also Fox in the Forest ist ja total clever, total gut, da ist noch sofort drin, das muss ich auch mal mit Karl spielen, weil Karl hat keinen Zugang zu Stichspielen, magst ihn nicht, weiß nicht so wirklich, was für der Witz drin ist, aber alle Spiele, die ich bisher mit ihm gespielt habe, waren auch so, dass ich sagen kann, okay, ich kann es nachvollziehen, die sind irgendwie ein bisschen komisch, Fox in the Forest finde ich ja richtig gut, und Haggis ist glaube ich auch, du hast halt super gute Bewertungen, da steht auch viel, K-M-Stick-Block spielt da fast keine Rolle, was man so auf die Hand bekommt, man mit allen irgendwas machen kann, man muss die richtigen, strategischen Entscheidungen treffen, also wenn ihr Haggis habt, gespielt habt, eine Zeitung, das vielleicht total toll fand, gesuchtet habt, schreibt mir gerne mal, ein bisschen länger, also irgendwie drei, vier, fünf Sätze, was so das Besondere an dem Spiel ist, wo es euch gecatcht hat, und ob ihr sagt, hey, ja, spiel das, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Mal, irgendwann macht das Klick, weil ich bin auch ein passionierter Stichspieler, wie gesagt, Skat und sowas ganz viel, und Tichu auch total gerne und viel, Haggis habe ich noch nicht so den Zugang zu gefunden, also schreibt da gerne mal, wenn ihr mehr wisst, ich werde mich da auch noch ein bisschen belesen, in den Foren, wenn ich Zeit habe, dann Mythos Tates, habe ich endlich geschafft zu spielen, Philipp war da, wir haben es gespielt, und Mythos Tates ist ja quasi Sherlock Holmes Kriminalkabinett, das Spiel des Jahres 1985, heute aktualisiert, im Zutulu-Universum, ist vor drei Jahren mal auf Kickstarter erschienen, als Arkham Stories ursprünglich, wurde dann während des Kickstarters oder kurz vorher noch umbenannt, ich habe damals schon Prototyp, Prototyp-Rezension zu der englischen Version gemacht, und die fand ich auch schon ganz gut, unterhaltsam, war halt auf Englisch, auf Deutsch natürlich ein bisschen angenehmer, und haben wir gespielt, und wir hatten mega viel Spaß, es war ein toller Fall, wir konnten gut ermitteln, das ist ein bisschen auch Schussi-On-Adventure mäßig, dass es halt verschiedene Einträge gibt, mussten überlegen, wo gehen wir hin, wen besuchen wir, wen befragen wir, was Schlussfolger haben wir da draus, gefühlt mussten wir noch nicht so super viel mitschreiben, wie man es bei Sherlock Holmes Kriminalkabinett tun musste, beziehungsweise wie wir es getan haben, die Storys waren alle gut, haben alle Sinn ergeben, da war es bei Sherlock Holmes schon eher so, dass manche es so überhaupt gar nicht, dass sie dachten, okay, hätten wir darauf kommen sollen, das war bei den ersten beiden Fällen von Mythos Tates nicht der Fall, ich habe jetzt schon ein bisschen Feedback bekommen, dass da durchaus Fehler drin sein sollen, redaktionelle Fehler, dass manche Storys vielleicht auch gar nicht aufgehen, habe ich wie gesagt bisher noch nicht erlebt, die ersten beiden Geschichten, zumindest die Pfade, die wir gegangen sind, waren gut, haben Sinn ergeben, da freue ich mich auf jeden Fall auf mehr, ich glaube insgesamt sind elf Fälle, ich würde mal grob sagen, acht Fälle, also wir haben ein paar Fälle drin, wir haben immer so eineinhalb Stunden ungefähr im Schnitt gebraucht und die würde ich gerne auf jeden Fall alle spielen, hatte ich auf jeden Fall mehr Spaß dran, als Chronicles of Crime, es ist anders als Detective, aber wenn ihr auf diese Art von Spielen steht, dann könnt ihr euch Mythos Tates meiner bisherigen Erfahrung nach auf jeden Fall auch beruhigt holen, schreibt mir da auch gerne mal ein spoilerfreies Feedback wieder, wenn ihr es schon komplett durchgespielt habt, wie es war, Stefan ist da auch mega begeistert von und hat das glaube ich auch schon komplett durchgespielt, also wie gesagt, da freue ich mich auf mehr, vielleicht kommen auch mal Erweiterungen dafür raus, das wäre natürlich nicht schlecht oder eben auch irgendwann mal eine Neuauflage von Sherlock Holmes' Kriminalkabinett auf Deutsch, auf Englisch, Französisch gibt es das ja schon seit drei Jahren, auf Deutsch leider nicht. Dann haben wir gestern Forbidden Sky gespielt, das habe ich schon mal auf der Spiel gespielt, auf dem Spiel des Jahres, Dinner saß ich mit zwei Leuten, zwei, drei, von Pegasus am Tisch, da haben wir es rausgeholt gespielt, fand das damals schon ein bisschen komisch, jetzt liegt er schon seit ein paar Wochen hier rum und ich habe es dann rausgedacht, hey, komm wir spielen, das ist ein bisschen wie Pandemie, das kannte Sabine auch schon und das ist quasi der Nachfolger von Forbidden Island, also Verboten Insel, die Pandemie-Light-Vorgängerversion, dann gab es noch Forbidden Desert und Forbidden Sky ist quasi der nächste Teil der Trilogie und meiner Meinung nach der mit Abstand schwächste, bei dem einfach kein Spielspaß vorhanden ist, das Schlimmste ist, es hat auch so Pandemie-Light-Vorgänger verboten inselmäßig, auch so diese Mechanik, man hat vier Aktionen, man hat Figuren, man muss halt hier so einen Stromkreis bauen, man kriegt so Karten aufgedeckt, die halt sagen, okay, du musst die und die Teile verbauen, dann muss man halt irgendwo so eine Plattform von so einer Rakete hinbauen, die wird dann da draufgestellt und dann muss man jetzt einen Stromkreis über bestimmte Elemente schließen und dann, wenn man dann die Rakete draufstellt, dann startet die, hat so einen Effekt und das ist total toll und dazu erkundet man eben auch die Landschaft, hat so Plättchen, kann sich eben auch für Aktionspunkte bewegen, Plättchen aufdenken, Plättchen ziehen, Plättchen anlegen, Spezialaktionen nutzen, Leitungen verlegen und wenn man halt fertig ist mit seinen vier Aktionen per Runde, dann denkt man halt meistens zwei Karten auf, spielt er, wenn es auch mal mehr, wenn der Wind halt stärker wird auf dieser Plattform, auf der unsere Rakete steht, wo wir diesen Kreislauf sind halt überwiegend echt schlecht, da gibt es halt viele Karten, wo so ein Blitzschlag ist, wenn man halt auf dem Teil steht, wo so ein Blitzableiter ist oder auf dem Teil, was mit der Leitung verbunden ist, verliert man einen Lebenspunkt, sind alle Lebenspunkte weg, ist man einfach Game Over, es kann auch sein, dass da so Windkarten bei sind, die sagen hier Windstoß in die und die Richtung, wo der Wind gerade hin zeigt, dann wird man mit einem Feld weiter gestoßen und wenn man eben dann einfach am Ende ist und in die Wolken fallen würde, verliert man so einen Seilpunkt, ist auch das Seil quasi bei Null, ist man auch tot und auch gerade, wenn man es irgendwie mit, keiner, vier Leuten oder so spielt, bis ich wieder dran bin, der Wind kann so oft hin und her gegangen sein, ich bin vielleicht, stand ich vorher auf dem sicheren Feld, ich habe vielleicht vorher meinen Zug benutzt, bin mit einer Aktion irgendwo hingegangen, habe da was gemacht, bin mit zwei Aktionen wieder weggegangen, bloß nicht vom Blitz getroffen zu werden und dann ziehe ich am Ende Karten, dann bläst mich der Wind in die Richtung, wo ein Blitzding ist, so eine Leitung, dann kommt ein Blitzeinschlag und das passiert vielleicht beim nächsten Spiel nochmal und schon bin ich irgendwie wieder tot. Man muss also fast mindestens einen Sanitäter nehmen, wenn ich gar den Typen der Seile wieder reparieren kann, der Sanitäter kann Leute heilen und das hat einfach, also ich weiß nicht, wo da zu irgendeinem Punkt Spielspaß aufkommen soll. Das ist einfach wirklich in der Reihe absolut das schwächste Spiel, da spiele ich Verbotene Insel viel, 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 viel lieber. Ich habe mir dann danach, weil ich war echt, das ist halt damals, das Spiel des Jahresländer, so ein Mäh, Eindruck davon, jetzt haben wir es halt, ich glaube sogar zweimal gespielt und es war echt, dass ich sagen würde, wow, das ist ein schlechtes Spiel, das ich niemandem empfehlen würde, wo ich mich manchmal frage, warum, also meiner Meinung nach gibt es teilweise auch schon zu viele Spiele, lieber vielleicht ein bisschen weniger, dafür qualitativ besser, ähm, nee, und da habe ich mir auch noch Kommentare durchgelesen, Videorezensionen angeguckt und eigentlich waren die meisten Leute auch diese Ansicht, auch gerade die Kommentare auf Board Game Geek war eigentlich so, äh, schlecht und schlechtes Rating und nicht wirklich gut, also, das kann ich überhaupt nicht empfehlen, leider, war wirklich echt negativ, ähm, dann, habe ich auch Crocinole mal wieder rausgeholt, das haben wir auch gespielt, ähm, ne, so ein, so ein rundes Holzspiel, großes Ding, habe ich aus einer Tüschlerei geholt damals, für 200 Euro, glaube ich, habe meine ganzen Bio-Bücher nach dem, in dem ich dann im Studienfach gewechselt habe, verkauft und mir dafür dieses Crocinole-Brett vor 8 oder 9 Jahren zu Weihnachten kauft, das ist auch so ein Spiel für die Ewigkeit, na, so ein Schnippspiel, im Prinzip hat man so runde Scheiben, die man so in die Mitte in so ein Loch schnipsen muss, wenn man nicht trifft, liegen die da halt, ich muss da vielleicht dran, mit auf jeden Fall die Scheibe von mir anders berühren, das sind verschiedene, ähm, ähm, Regionen, wenn die halt in der mittleren Region liegen, sind sie 15 Punkte wert, dann 10 und dann 5 Punkte und ich kann natürlich versuchen, die Gegner schon rauszuschnipsen, meinen, in die Zone bringen, wo sie die meisten Punkte machen und am Ende wird das Ganze eben halt abgerechnet, das heißt, wir werden alle miteinander verrechnet und alles, was ich quasi Plus habe, kriege ich am Punkten, wer drei Durchgänge die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ähm, tatsächlich ein Spiel, wenn man das oft gespielt hat, man entwickelt einfach Skills und, äh, ja, da hatte ich schon leichte Vorteile, aber es hat wieder super viel Spaß gemacht, ich hatte mal einen Kollegen aus dem Kino, der da super viel Spaß hatte, sehr, sehr ehrgeizig war, ich glaube, der ist 4-5 Mal vorbeigekommen, wir haben richtige Turniere gespielt, Best of 3, dann Best of 5, dann Best of 7, Best of 11, ich habe die auch fast alle, ähm, gewonnen, aber er war schon sehr ehrgeizig und war ein guter Konkurrent, also das ist so ein Ding, Crocinole, wenn ihr vielleicht Karom kennt, ich finde Crocinole persönlich fast noch besser, fast noch toller, das ist eben auch so ein Spiel, das ist ein besonderes Spiel in der Sammlung, das ist für die Ewigkeit, also das hat man auf jeden Fall lange, das verkauft man nicht wieder, da sollte man noch ein hochwertiges nehmen, ich würde keins unter 100, 150 Euro kaufen und, ähm, auch so ein All-Time-Classic, der auf jeden Fall lange, lange, lange meiner Sammlung bleiben wird. Dann haben wir beim Spielabend mit Sabine auch Santorini gespielt, ich dachte, okay, das ist vielleicht ganz witzig, hat ihr überhaupt nicht gefallen, so ein abstraktes Spiel, wo man, ne, so rumlaufen muss, Gebäude baut, auf Stufe 3 kommen muss, da hat man gewonnen und man baut die anderen Spiele ein, man hat so Götterkarten, die man Spezialfähigkeit hat, äh, die man Spezialfähigkeiten haben, es gibt 30 verschiedene, man nimmt mal Pro Partie 2, die man einfach dann zusammensucht, einer sucht zwei Fähigkeiten aus, der andere sucht aus, wenn der spielt, das heißt, man sollte die schon einigermaßen gebalanced aussuchen und daraus ergeben sich eben immer wieder unterschiedlichste Konstellationen, interessante Spiele, ich mag dieses Spiel einfach sehr, sehr gerne, aber wir haben es dann leider nach einer Partie wieder eingepackt. Dann haben wir heute Bandido gespielt, das ist auch schon von 2016, so ein Spiel in so einer kleinen quadratischen Schachtel, sieht aus, als wenn es so ein Oink Games wäre, aber ich glaube, es ist nicht von Oink Games und, ähm, da könnte ich mir gar nichts darunter vorstellen, ich habe schon gehofft, dass es nicht so komplizierte Regeln hat, nicht so super doof ist, weil auch gerade die letzten beiden Spiele, die ich da gespielt habe, äh, von Oink Games fand ich bescheiden, vorsichtig gesagt, Startups und dieses Troika und, ähm, Bandido ist echt überraschend unterhalten, aber eigentlich super einfach, wir haben halt so einen Knastbruder, der ausbrechen würde, es gibt fünf Ausgänge und wir haben immer so drei Karten aufhand, müssen die halt anlegen und müssen damit diese Wege so bauen, dass die geschlossen sind, dass es keine offenen Ausgänge mehr gibt, aber irgendwann, wir haben mit fünf Ausgängen angefangen, irgendwann war der halbe Tisch voll und wir hatten dann zwölf Ausgänge und saßen so, Gott, müssen wir die zusammen kriegen, weil diese Karten dann nie so passen, wie man es haben will, aber wir haben es dann doch geschafft, nach und nach haben wir hier den Sektor geschlossen, da den Sektor geschlossen, hier was geschlossen, da was verbunden, hier was drüber gebaut, da hatten wir teilweise gar nur noch drei offene Ausgänge, am Ende konnten wir es dann sogar auf einen offenen Ausgang runterbrechen, konnten den aber halt nicht mehr schließen, hatten kein einzelnes Endstück mehr und da haben wir halt verloren, der ganze Tisch war halt voll und aufgebaut und das war so, dass wir danach da saßen, Markus und ich, und gesagt haben, okay, das Spiel ist eigentlich total simpel, aber wir wollen das nochmal spielen, wir wollen das eigentlich nochmal schaffen, jetzt kennen wir die Teile, die da drin sind, vielleicht können wir das irgendwie toller bauen, also das hat durchaus Spaß gemacht, da war ich sehr, sehr positiv überrascht von. Dann haben wir Calavera gespielt, das habe ich auch von München mit Stefan gespielt, das war tatsächlich im Vergleich dazu fast ein bisschen schwächer, beziehungsweise noch eher im Vergleich zum nächsten Spiel, auch so Roll and Ride, man würfelt halt in verschiedenen Farben, macht irgendwie Kreuze, versucht bestimmte Punktebereiche vorzudringen, dann macht man richtig viele Punkte, schießt man über das Ziel hinaus, geht mal in Minuspunkte oder deutlich weniger Punkte und das Spannende ist eben, dass man auch durchaus ein bisschen interaktiv und gemein spielen kann, man kann einfach würfeln, dann haben wir einen Totenkopf gewürfelt, müssen die anderen Spiele eben auch irgendwelche Farben nehmen, dürfen aber nicht die Farbe nehmen, die man selbst hat und es ist halt ein Spieler meinetwegen bei Orange, zwei Felder vom Highscore entfährt und will da vielleicht nur noch zwei Orangen haben und ich würfel, habe vielleicht einen Totenkopf, das heißt die anderen müssen nehmen und dann habe ich irgendwie zwei schwarze und zwei Orangene gewürfelt, dann nehme ich die beiden schwarzen, kreuze sie bei mir an und der andere Spieler muss die beiden Orangene nehmen und vielleicht braucht er nur noch einen und wenn er halt zwei ankreuzen muss, geht er automatisch in den weniger Punkte Bereich und so kann man anderen Leuten etwas reinwürgen, dass die halt schon vorüberlegen müssen, mache ich hier Schluss, versuche ich diese Reihe dicht zu machen, habe weniger Punkte oder gehe ich auf mehr Punkte, dann können wir die anderen, wenn es gut läuft, ist halt ein Würfelspiel, immer noch einen reinwürgen und das ist schon gut für Leute, die gerne so ein bisschen interaktive Spiele mögen, wo man auch versuchen kann, fies zu sein, ist das auf jeden Fall nicht schlecht, also durchaus unterhaltsam, sieht echt hübsch aus, ist halt ein Moses-Spiel, hat mir gut gefallen, würde ich auf jeden Fall immer wieder mitspielen mit der Einschränkung, es ist überhaupt nicht farbenblindenfreundlich, ich habe da erste Probleme, die Würfel den Bereichen auf den Spielplänen zuzuordnen, weil für mich sehen die komplett unterschiedlich aus, die eine Würfelfarbe sieht aus wie die andere und so, dass es immer genau nicht passt, aber auch mal je nach Licht unterschiedlich, ärgerlich. Ex Libris habe ich ja schon ein Video zu gemacht, das auch online ist, ja, wie gesagt, ein Spiel für alle Bücherwürmer, ist jetzt für mich persönlich nicht super herausragend, aber durchaus unterhaltsam, kann man spielen, auch gerade wenn man das Thema abholt, die Buchtitel sind super unterhaltsam, den Solo-Modus habe ich noch nicht ausprobiert, zentrales Element ist eben halt dieses Regalmanagement und ja, das ist gut, ich finde es halt fürchterlich teuer für das, was es ist, aber das ist eben so. Dann haben wir heute noch mal Hadara gespielt mit Markus, er fand es eigentlich ganz charmant, ganz gut, an meiner Meinung dazu hat sich nichts geändert, wenn das beim Spiel des Jahres auftauchen sollte, dann, ja, ich könnte es nachvollziehen, ja, es ist für mich ein Spiel, das durchaus beim Kennerspiel auftauchen kann, das auch durchaus gewinnen könnte, ich würde es schade finden, weil es sehr klassisch ist und ich würde es toll finden, wenn irgendwie Innovationen, was Neuartiges belohnt wird und auch irgendwie, was die Leute wirklich begeistert, aber es ist ein rundes, so dieses Spiel, ich kann vollkommen verstehen, dass Leute da Spaß dran haben, hat vielfältige Optionen, was man machen kann, aber es ist eben auch so ein Punkt, das man für alles mögliche Punkte bekommt, ja, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, gefällt mir auch besser als Crown of Amara, deutlich besser, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt, vielleicht kommen da mal tolle, neue, innovative Ideen, man darf gespannt sein. Hast du Wort, das Würfelspiel? Ja, da würde ich jetzt im Prinzip meiner Rezension schon vorweggreifen, da kommt das Video auch in den nächsten Tagen zu, haben wir gespielt, guckt da einfach mal das Video an und dann wisst ihr, wie das in Relation zu Hast du Worte ist, Hast du Worte fand ich ja richtig, richtig, richtig gut, also es hat mich sehr positiv überrascht, für ein, ich glaube, 22 Jahre altes Spiel, bei dem man nur Begriffe aufschreiben muss, die einem einfallen, aber in diesem Kniff, dass ich halt dann mir überlegen muss, wie viel davon kann ich noch vorlesen, wie gut habe ich um die Ecke gedacht, auf welche Sachen sind die anderen vielleicht nicht gekommen, richtig toll. Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, haben wir ganz am Anfang gespielt, ich finde das Spiel immer noch richtig gut, ich bin da ein großer Fan von, ich möchte das auf jeden Fall weiterspielen, das wird auch hoffentlich eines der wenigen Kampagnen-Spiele sein, die ich mal ein bisschen weiterspiele, ich kann da mit dieser App, den Game Master setzt, super gut leben, ich finde gerade dieses Management, das man hat, dass man eben diesen Karten viel machen kann, seinen Charakter aufbauen kann, eben auch wirklich eine Geschichte erlebt, die auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich ist, ich finde das richtig gut, also die meisten Leute meckern halt, von wegen einer App ein Spiel, die App macht zu viel beim Spiel, für die Leute ist das natürlich gar nichts, aber ich habe auch jetzt so Freunde von mir und sich das unabhängig von mir geholt und gespielt, fand es auch richtig gut, also da bin ich halt wirklich gespannt auf mehr, wir haben jetzt erst drei Missionen gespielt, wir würden jetzt die vierte starten, mal gucken, ob es irgendwann anfängt zu langweilen, immer das gleiche ist, oder ob es halt unterhaltsam bleibt, man darf gespannt sein. Dann haben wir Pandoria gespielt, Pandoria ist tatsächlich auch ein Spiel, das würde auch gut zum Kenner-Spiel des Jahres passen, ist auf der letzten Messe rausgekommen, von Iron Games, das ist ein Spiel, ein Verlag aus Berlin, wenn man das erstmal sieht, wirkt das ein bisschen wie Kingdom-Bilder, ich habe ein Teil, ich kann dieses Teil irgendwo hinlegen und muss dann, wenn ich das gemacht habe, ziehe ich halt wieder ein Teil, dass ich nichts so nah aufspielen kann und dann dachte ich erst so, puh, Kingdom-Bilder, aber sah schick aus, auf der Messe ein bisschen gehypt und jetzt habe ich es zu dritt in Berlin vor zwei, drei Monaten gespielt, jetzt bin ich nochmal zu zweit mit Karl und das ist so ein Spiel, das fühlt sich an, wie so ein gehobenes Gateway-Spiel, wo man aber coole Sachen machen kann und wenn ihr auf Spiele steht, wo man so gemein sein kann, anderen Leuten die Pläne vereiteln kann und sich aber richtig freut, wenn trotz dieser Möglichkeit der eigene Plan voll aufgeht, wir hatten das, Karl hat mit seiner allerletzten Aktion 80 Punkte gemacht, wir hatten vorher beide so um die 40 und ich war dann irgendwie durch die ganzen Punkte, die ich gemacht habe, bei 60 oder so und allein mit der letzten Aktion hat er so eine große Fläche abgeschlossen, hat er so viele Figuren drumherum stehen, dass er halt irgendwie 40, 50, 60 Punkte gemacht hat, auf jeden Fall hat er dann Haus hoch gewonnen, das hat sich natürlich auch gut angefühlt, wenn das so geklappt hat und der Trick ist ein bisschen beim Spiel, ich habe immer Landschaften, die in der Regel zwei verschiedene, also so Plättchen, Doppelplättchen, die zwei verschiedene Landschaften zeigen, ich muss die halt anlegen, an stehende Landschaften, darf dann meine Figur auf eines die Landschaftsfelder stellen und sobald halt eine Landschaft komplett im Kreis ist, wenn er halt Wald ist und drumherum ist komplett nicht Wald, dann ist es halt ein abgeschlossenes Waldgebiet und dann wird geguckt, das besteht meinetwegen aus insgesamt fünf Waldelementen, ich habe drei Figuren drumherum stehen, wenn ich spiele halt eine Figur drumherum stehen, dann bekomme ich halt drei mal fünf, also 15 Punkte, er bekommt einmal fünf, also fünf Holz in dem Fall und es geht immer bis zehn die Leiste, alles was ich über zehn hinaus bekomme, sind Punkte, die ich bekomme. Genauso war es halt bei diesem großen Gebiet. Das war jetzt Geld, das man bekommen hat, Geld braucht man um Karten zu kaufen, die auch so Spezialeffekte haben und da hatte Karl einfach ein Gebiet mit, ich glaube, 22 Geldmünzen drauf, wo er vier oder fünf Charaktere stehen hat, er hatte noch Spezialkarten, wo er noch mehr pro Geldfeld bekommen hat und das war einfach ein mega krasser Zug und man kann natürlich, wenn man sieht, okay, irgendjemand möchte da Figuren nebenstehen, weil er dieses Gebiet hier umstellen will, kann man halt versuchen, das Gebiet, auf dem die stehen, auch zu umzäunen, so dass der halt seine Figur runternehmen muss, die gar nicht gewertet wird, sie ihm nichts bringt und da muss man immer genau einen Spielplan lesen, gucken, wo wer steht, was wer vorhat, was man auch selbst für Möglichkeiten hat, wo man vielleicht auch selbst sagen will, okay, ich will hier finden, dass meine Figur eingebaut wird oder vielleicht auch mal schnell kleine Gebiete werten, weil immer wenn ich ein Gebiet werte, bekomme ich zwei Punkte oder in der Regel Ressourcen, die ich dann wieder brauche, um mir Karten kaufen zu können. Die Karten haben so Magiesprüche, das sind so Einmaleffekte, die ich benutzen kann oder dauerhafte Gebäude, die ich bauen kann, die mir irgendwelche Spezialeffekte geben, wie zum Beispiel, dass Gebiete mehr Punkte wert sind, dass ich Ressourcen, die ich nicht habe, eins zu eins mit anderen Ressourcen ersetzen kann oder, oder, oder. Also der Vergleich mit Kingdom Build ist wirklich nur sehr rudimentär, ich bin von Kingdom Build überhaupt kein Fan, Pandoria finde ich richtig gut. Ich bin ja gerade in der Phase, wo ich relativ viel von der letzten Messung noch abarbeite und da eben auch viele Spiele bei sind, die ich dann halt auch schon mal irgendwie eins, zwei Mal gespielt habe, wo ich festgestellt habe, die sind so okay, mache ich halt das Video zu und dann werden die auch diesen Haushalt wieder verlassen. Pandoria wird auf jeden Fall bleiben, das finde ich richtig gut, kann ich nur sehr empfehlen, wenn ihr davon noch nicht gehört habt, ich habe das auch versehen neulich auf dem Hauptkanal gestreamt, guckt da mal rein, ich werde es auch demnächst noch mal zu dritt oder zu viert spielen, je nachdem, wie sich das so ergibt. Das ist also von mir auf jeden Fall zwei Daumen nach oben für Pandoria. Vielleicht taucht das mal auf, mich hat heute Arne aus der Spieleburg gefragt, ob ich noch ein Spiel kenne, was ich so für die Aktion hoher Spielwert empfehlen würde. Da habe ich auch gefragt, kennst du Pandoria? Auf der letzten Messe rausgekommen, so ein bisschen untergegangen, ist aber wirklich richtig gut. Mal gucken, ob das da jetzt in ein paar Läden dann demnächst auftaucht. Reef haben wir gespielt, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, holt mich überhaupt nicht ab, überhaupt kein Asylersatz, kein Asylvergleich, ist ein abstraktes Spiel, das funktioniert, das man spielen kann. Wenn man Century und sowas mag, dann wird das sicher auch gut sein. Ich würde es nicht empfehlen, ich würde viele andere Spiele empfehlen, bevor man sich das holt, aber es hat Geschmackssache. Reno Heroes Super Battle haben wir auch auf dem Tisch gehabt, da war halt die Forderung nach was Witzigen, Lustigen und so witzige, lustige Spiele für zwei sind ja relativ selten. Mir würde es so spontan nicht so super viele einfallen. Wenn ihr eine Idee habt für witzige, lustige Spiele, die gut zu zweit funktionieren, ab in die Kommentare damit. Reno Heroes Super Battle habe ich glaube ich 16, 17 Mal gespielt. Ich kann mich aktiv nicht daran erinnern, mal eine Partie davon gewonnen zu haben, auch die gestern habe ich verloren, da wurde ich dann so komisch eingebaut, mit einem Affen, der davor hängt, auf einem recht hohen Haus, das ist einfach eingestürzt, als ich versucht habe, mich da rauszubringen. Das war tatsächlich ein bisschen doof, aber ein super tolles Spiel, dass man einfach mit so ein bisschen Pappe ein tolles Spiel konstruieren kann, dass es auch so wirklich in die Höhe geht. Richtig gut. Schollenrollen habe ich heute das erste Mal gespielt, ich habe schon viel davon gehört, dass die Leute das mal witzig und toll unterhaltsam fanden. Das ist ein reiner Kitziger Spiel, wie eben auch Lama und ich muss sagen, auch Schollenrollen fand ich super gut. So ein Spiel, wo ich halt würfel, ich will halt möglichst viele Schollen würfeln und darf mir so Schollen aus der Mitte nehmen, bis ich meinen Wurf safe mache, so ein bisschen Puschelack-mäßig, können die halt noch verloren gehen. Sobald ich aussteige, ist es halt meins und ich habe das erst mal safe. Dann können halt die Mitspieler würfeln, man kann auch so mal zwei Multiplikatoren würfeln, dass man halt doppelt so viele aus der Mitte nehmen kann, das ist auch toll. Irgendwann gibt es relativ wenig von diesen gelben Scheunen in der Mitte, dann kann ich halt meine austauschen, nehmen mir halt eine Fünfer-Scholle statt diesen gelben Scheunen. Problem dabei ist nur, die anderen Leute können so einen Angelhaken würfen und wenn sie den gewürft haben, dürfen sie bei mir eine Scholle wegnehmen. Egal, ob rote oder gelb. Deswegen möchte ich eigentlich gar nicht so viele rote haben, weil die können mir einfach weggenommen werden. Das sind einfach fünf Punkte, die ich verliere, die er bekommt, also in Differenz von zehn Punkten. Problem ist aber auch, wenn in der Mitte keine gelben mehr Schollen sind, darf man rote nehmen. Das heißt, ich möchte irgendwann vielleicht sogar meine gelben gegen rote eintauschen, damit der andere die nicht einfach gratis nehmen kann. Dann können sie mir auch wieder weggenommen werden und es einfach würfeln, entscheiden, würfe ich weiter, höre ich auf. Immer wenn ich so Spezialsymbole würfe, muss ich die Würfel rauslegen. Habe dann weniger Würfel zur Verfügung. Würfe ich keine Scholle mehr, ist mein Zug zu Ende. Das ist also ganz klassisch. Push your luck, mit ein bisschen Interaktion, so ein bisschen Mischung. Ich weiß nicht, Can't Stop und Hackmaker am Bratworn. Ich weiß nicht, ob das so passend ist, aber ich fand es auch gut. Also auch so ein Absacker-Spiel, das auch, glaube ich, mit mehr als zwei Leuten noch mehr Spaß macht. Also das sollte auch mal demnächst mal in eine Sammlung wandern, glaube ich. Dann haben wir noch kurz Storys gespielt, auch um das Markus zu zeigen. Wir haben es, glaube ich, das erste Mal auch gespielt, dass man während der Sanduhr die ganze Geschichte nacherzählen muss. So ein bisschen, ich packe meinen Koffer mäßig. Man hat so eine Oberkategorie, die aufgedeckt wird. Dann deckt man halt so Karten vom Stapel auf, erzählt mit denen halt die Geschichte weiter und irgendwann sagt irgendjemand, ihr könnt euch sicher nicht mehr an alles erinnern. Dann nimmt er den Kartenstapel, dreht ihn um, dreht die Sand um und haben die anderen Spieler 90 Sekunden lang Zeit, der Reihe nach die richtigen Begriffe zu sagen. Schaffen sie es in der Zeit, alle Begriffe der Geschichte in der richtigen Reihenfolge zu benennen. Bekommen die irgendwie Punkte, schaffen sie es nicht, bekomme ich Punkte. Und das ist gut unterhaltsam, überhaupt kein Vergleich mit irgendwie Eselsbrücke, aber trotzdem auch schon gut. Gerade durch dieses Zeitlimit, dass man sich halt auch relativ zügig an das Ganze erinnern muss, macht das Spaß. Das kann man gut als Familienspiel nehmen. Wenn ihr auf Geschichtenerzählspiele steht, geht das durchaus auch mit Erwachsenen. Also hat mir heute tatsächlich noch ein bisschen besser gefallen als die ersten Male, wo ich es gespielt habe. Wenn ihr so Storytelling-Spiele mögt, guckt euch Storys mal an. Und dann das letzte Spiel, ich glaube, Vajen spricht es man jetzt aus. Ich glaube, man spricht es Vajen aus. Das ist ein alter Handelsweg zwischen Dänemark und Deutschland. Ist so ein Eurogame, Pick-up-and-Deliver-Spiel, wo man halt so in Dänemark und Deutschland spielt, sprich ein bisschen der Clue beim Spiel. Das sind unterschiedliche Währungen, die es hat. Es gibt halt die dänische Krone und den deutschen Taler, glaube ich. Und die können halt unterschiedlich viel wert sein, dass ich halt manchmal Waren in Deutschland kaufen will und in Dänemark verkaufen will oder andersrum. Und es gilt immer, je weiter der Transportweg der Ware ist, und dann spielt er irgendwie so Mittelalter, Spätmittelalter irgendwann, desto mehr Geld kriege ich dafür. Und das Spiel ist sicher nicht schlecht, wobei das auf Bord nämlich auch durch wachsende Bewertungen bekommen hat. Ich hatte, also es war super nett, der Autor war dabei und konnte uns immer wieder helfen, ein bisschen Feedback geben. Leider hat mir dieses Spiel, ich hatte sowas von keinen Spaß beim Spiel. Also das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Bei Birmingham hatte ich teilweise in einigen Partien auch keinen Spaß beim Spiel, aber gesehen, das ist ein super gutes Spiel. Ich bin da irgendwie gerade vorher nicht drin. Bei Anachrony hatte ich in meinen ersten Partien auch echt wenig Spaß, aber Wein, das war echt so, ich hatte auch keinen Bock danach ein Video dazu, dazu in das anderen zu machen. Am nächsten Tag hatte ich auch noch relativ wenig Bock auf Spiele. Also das tat mir fast schon so ein bisschen leid, aber das war echt eine super, super negative Erfahrung. Man kann so rumfahren, man kann so eine Figur bewegen, hat dafür so Karrenpunkte, die eigentlich am Anfang nur für eine Bewegung reichen. Das heißt, da kann man nicht so super viel machen. Man muss im Prinzip dieses Karren-Upgrade als erstes machen, muss dann irgendwie Kontore bauen, möglichst weit auseinander. Ja, also nach mehr Partien denken wir bestimmt noch viele tolle neue Aspekte da drin sind, aber dieses Waren irgendwo produzieren, dann oder einkaufen, dann aber in bestimmte Stadten mit einem Konter laufen müssen, um die überhaupt die gekaufte Ware einzulagern in ein Kontor und dann irgendwo anders zu verkaufen. Das hat für mich innerlich auch so wirklich echt keinen Sinn gemacht. Das war auch hinten raus ein bisschen lang, weil am Ende war es auch so, da konnte Karl dann super viel krass produzieren, jede Runde ganz viel Geld machen. Also das hat sich so angefühlt, das geht halt zwölf Runden lang, als wenn es nach neun Runden eigentlich so einen optimalen Punkt hätte, wo es zu Ende sein sollte, damit es sich halt immer knapp und eng anfühlt. Weiß nicht, lest euch einfach mal die Kommentare auf Boardgame dazu durch. Wir haben es zu zweit gespielt, andere Leute haben gesagt, mit mehr Spielern blüht das ein bisschen mehr auf. Ich glaube, das ist einfach nicht mein Spiel und das ist jetzt auch so quasi meine Mini-Rezension, mein persönlicher Ersteindruck dazu. Ich werde da wahrscheinlich auch kein Video zu machen, weil ich würde dem Spiel damit nicht gerecht werden. Ich habe dem Verlag, der hat mich angeschrieben, der hat uns auch gesagt, ja, ob ich mir das angucken will. Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich dazu komme, ich weiß nicht, ob es meiner Art von Spiel ist. Ihr könnt es mir zuschicken, aber ich garantiere nicht, jetzt überhaupt gespielt zu haben. Ihr könnt halt reingucken auf den Live-Kanal, dann seht ihr den Live-Let's Play und dann bekommt ihr mal so einen Eindruck davon, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Aber, nee, das wäre jetzt wirklich, glaube ich, keine positive Werbung für das Spiel und ich möchte es auch einfach nicht nochmal spielen. Also das, ja, aber das ist eine persönliche Sache. Guckt dann mal auf anderen Kanälen. Also ich, also mich würde tatsächlich mal interessieren, ob Victoria Parthas gespielt hat, weil die mögen ja so Strategiespiele, so diese Euro-Games. Da kriegst du doch durchaus mal die Aussage gemacht, boah, dröge und ein bisschen trocken, genau mein Ding. Also, muss ich mal gucken, ob die das schon gespielt und rezensiert haben, wie die das fanden. Wenn die das super gut fanden, dann sollte der geneigte Euro-Gamer vielleicht auch mal gucken. Wenn die das auch nur so durchschnittlich fanden, dann, ja, muss man mal gucken. Aber das möchte ich, wie gesagt, eigentlich nicht so gerne wie die auf dem Tisch haben. Im Gegensatz zu diversen anderen Spielen, die ich jetzt hier gespielt habe. Und wie gesagt, ich bin auch schon am überlegen, ich habe ja mal hier ein bisschen umgeräumt, aufgeräumt, auch hier oben Plätze freigemacht. Da stehen jetzt Rezensionsspiele, so Tier-1-Spiele, die in nächster Zeit auf jeden Fall gespielt werden, die dann rezensiert werden. Ich habe da drüben jetzt auch noch ein großes Kallax freigeräumt, wo einfach auch nur Rezensionsspiele drinstehen. Und halt neue Spiele, die rezensiert werden müssen, gleich mal reinkommen. Und dann wandern die quasi neue Spiele erst mal dahin. Wenn hier wieder Platz wird, dann kommen sie da rein. Und von hier wandern sie entweder permanent in die Spielesammlung oder in das diese Spiele verlassen mich bald, Kallax. Und so ist hoffentlich ein bisschen Ordnung drin. Ich habe die große Hoffnung, bis zum Spiel fertig zu sein und mit allen rezensierten Spielen wirklich durch zu sein. Mal gucken, ob das klappt, aber ich habe den großen Ehrgeiz und auch den Ehrgeiz, Spiele noch ein bisschen selektiver auszusuchen, dass ich halt immer so einen Rahmen habe, der überschaubar ist, den ich gut hinbekomme und dass hier die Wohnung nicht wieder vor tausend Spielen explodiert nach der nächsten Messe. Aber das ist wohl das Freude und Leid an die Spiele Ritzen senden. Da bin ich tatsächlich auch immer überlegen, vielleicht einmal pro Woche oder alle zwei Wochen kommen, so ein kurzes Video zu dem Regal zu machen, wo ich einfach zu allen zwei, vier, sechs, acht, zehn Spielen, die am Schnitt so drinstehen, kurzes sage. Dann wisst ihr, was wir kommen, worauf ihr euch freuen könnt. Könnt ihr einfach mal schreiben, ob ihr so ein Video interessant finden würdet oder nicht. Und jetzt bin ich im Rohschnitt bei ungefähr einer Stunde. Ich denke, zusammengeschnitten werden es 50, 53 Minuten ungefähr sein. Daher würde ich mal sagen, mache ich jetzt einfach mal Ende. Ich hoffe, es war unterhaltsam und spaßig für euch. Wie gesagt, der Gezockte hat jetzt doch den größten Teil des Videos eingenommen. Ich werde am Ende des Monats auch wieder ein Gezockt in 60 Sekunden machen. Da wird das halt alles ein bisschen komprimierter. Aktuell wird das auch nicht so mega episch lang. Mal gucken, was jetzt noch kommt. In Essen, die Woche danach, habe ich eigentlich auch komplett frei. Mal gucken, wie viel ich da zum Spielen komme. Und ja, wie gesagt, danke nochmal an alle Patreons, die auch jetzt schon dabei sind, die mich supporten. Auch alle, die mich supportet haben, werden ja sicher ein paar dabei sein, die mittlerweile wieder wechseln, aber immer noch den Kanal gucken. Also auch da, vielen, vielen Dank, dass ihr halt eine Zeit lang dabei wart. Und ja, gebt mir auch gerne mal ein Feedback, wie ihr die Videos mit der neuen Kamera findet. Auch, wie gesagt, ein Feedback zum Ton gerne. Und dann bin ich, glaube ich, wirklich durch für heute. Es ist auch schon wieder irgendwie gleich 4 Uhr nachts. Das wird noch geschnitten und kommt heute noch online. Mal gucken, wie lange das dauert. Dementsprechend mal gucken, wie viele Toneinstellungen ich wirklich ausprobiere. Und ja, in diesem Sinne, ja, freut mich, dass ihr mir wieder reingeguckt habt. Das ist ja so doch immer noch persönlich, auch wenn es allein seid, als es wirklich nur die Spielerezensionen an sich gibt. Und ich habe, wie gesagt, auch noch so ein Boardgame gegen Hotness vielleicht mal gemeinsam angucken. Origins sind jetzt die ersten Vorschauen online. Da kann man schon mal gucken, was sind so in der zweiten Hälfte, was sind so die ersten Spiele, die rauskommen werden. Da wird es auch bald ein Video von mir zu geben. Also ich habe, wie gesagt, viel Bock auf Videos, viel Bock auf Spielen, viel Bock von euch Feedback zu bekommen. Also sage ich vielen, 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 vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Ich hoffe, in einer guten Qualität. Sagt mir halt, wie gesagt, was da die beste Qualität war und wie ihr den Ton allgemein findet. Im Vergleich zu anderen YouTube-Kanälen ist der halt immer ein bisschen leiser gefühlt. Da weiß ich auch nicht so ganz, woran das liegt. Wenn ihr eine Idee habt, gerne Feedback dazu geben. Das war es von mir. Bis bald und Tschüss! Tschüss! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018